Juna, ich schicke dir die Adresse aufs Fonds, meld dich danach. Ah, schön, hör mal den V8 sauseln. Hört man den gut? Ich hör mal kurz, warte mal, hört man den V8 super? Ich will mal kurz hören. Klingt schon mal nicht schlecht, ne? Also man kennt der Challenger, der kann sich hören lassen. Klingt auf jeden Fall ziemlich, ziemlich böse. Hier kommen grad ein paar Gegner an. Man kann sich da mal nicht irritieren. Wir fahren nämlich jetzt erstmal gechillt zum Tuna. Verpassen den Dinger mal einen kleinen, noch sportlicheren Look, obwohl er singt.